. Der Bartgeier hat diese Jungvögel das komplette biologische Programm angelegt, also in sich instinktiv, sodass wir ihn mit 90 Tagen auswildern können und die Vögel lernen dann von sich aus ganz alleine, wie sie zurechtkommen in der Natur, also von der Nahrungssuche bis hin zum Färben der Federn, dass sie das in Pfützen mit eisenoxidreichen Metallenrot färben, also das ist alles vorangelegt und das macht die Art so faszinierend, dass wir den also reinsetzen können in die Nische und dann mit einer kleinen Betreuung von uns lernt der Vogel das von alleine und kommt alleine in freie Wildbahn zurecht, also das ist wirklich faszinierend. Sollte 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 Sollte